Unser Eurisor wird in Nisamwieni, Kenia. Es ist 30 Kilometer weg von Diani. Die Möglichkeit für Safari-Ausflüge, für Jetski. Man kann gewisse Themen bei uns buchen, wie eben Selbstverteidigung, Atmung, Meditation. Mit einem schönen großen Pool dazu. Wenn du was sehr Spezielles für dich erfahren möchtest, was Unvergessliches, sei es für Entspannung oder für Adventure, kann ich dir das Eurisor ans Herz legen. Und ich und mein Team freuen uns, wenn du bald bei uns dort sein wirst. Bis dann!